Hallo Leute und Willkommen hier bei meApplegat. Heute stelle ich euch die scharfen Nächte vor. Nein, nicht wirklich. Heute sprechen wir über 7Center. Das ist ein kostenloser Studio-Tweak, den ihr euch aus der Big Boss Rebo herunterladen könnt. Und mit diesem Tweak bekommt ihr das iOS 7 Notification Center auf euer iOS 6 Device. Ihr ladet den Tweak einfach herunter. Es gibt nichts zu konfigurieren und nichts einzustellen. Dann wird das ganze einmal neu gestartet euer Gerät und dann sieht euer Notification Center genauso aus. Ihr seht, ihr habt hier den wunderbaren Blur-Effekt, den man von iOS 7 kennt, auch hier unten. Dieser kleine Pfeil ist vorhanden und wenn ihr mal genau darauf achtet, seht ihr, dass auch der Original-Hintergrund mit den Apps durchscheint. Wenn ich jetzt mal eine Seite weiter wechsle, seht ihr, wie sich das Ganze hier verändert. Wenn man hier unten mal auf die Twitter-App guckt, dann kann man das sehr gut erkennen. Und das ist schon der ganze Tweak, Leute. 7Center kostenlos erhältlich in der Big Boss Repo. Und das wär's gewesen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer MieAppleCat. Tschüss. Schau mir jetzt ganz tief in die Augen. Du willst alles wissen über Apple iPhone, iPad und Co. Die besten J-Break-Tweaks, nützliche Tipps, Spiele, Technik und noch mehr? Dann geh jetzt zu YouTube und abonniere MieAppleCat. Die Katze hat gesprochen. Viel Spaß dabei. MieAppleCat. Nur bei YouTube. Rawr! total 6 7 9 10 24 24 20